Wer falle dem Wahnsinn? Von unterm Drillingsbaum daher, da blickt der Mann recht fürchterlich. Ob steige ich am Porn oder mache Kehr. Das gleiche Schicksal erwartet mich. Guten Morgen. Die Worte warfen mich aus meinem Delirium und ich wachte erschrocken auf. Jimmy Prescott stand an die Wand nahe der Tür gelehnt, ein missbilligender Blick auf seinem Gesicht. Shit, sorry Mr. Prescott, ich hab's dir nicht kommen gehört. Weißt du, ich habe hier auch gearbeitet, als ich noch ein Kind war. Ich habe die Klingel über der Tür für genau diesen Zweck einbauen lassen. Scheint dich jedoch nicht aufgeweckt zu haben. Lachte er. Ich grummelte eine weitere Entschuldigung und richtete einen Stapel Visitenkarten vor mir. Lange Nacht? Äh, ein wenig. Und was für eine? Ich hoffe, du warst nicht draußen beim Lagerfeuer mit all den anderen minderjährigen Säufern. Nein, Sir. Doch, war ich. Gut, wie auch immer. Ich bin hier für mein Mittagessen. Ich nehme ein Roggenbrot mit Parmesan, Chicken und Avocado. Ja, Sir. Froh, dass die Konversation zu Ende war, lief ich hinüber zum Sandwich-Tresen und nahm ein frisches Roggenbrot. Jimmy Prescott schritt zurück vom Tresen und sah sich in der Zwischenzeit die Bilder an der Wand an, auch wenn er sie bereits tausende Male gesehen hatte. Viele der Fotos waren von der Zeit der Prescott-Familie, aufgenommen im Laufe des letzten Jahrhunderts. Für mich war es schon immer eine merkwürdige Dekoration, aber der Laden wurde schließlich nach ihnen benannt. Ist Mira hier? Fragte Prescott, während ich sein Sandwich einpackte. Sie ist hinten. Ah, ich dachte, sie sei immer noch in St. Louis. Nun, wenn du fertig bist, würde es dir etwas ausmachen, sie für mich zu holen? Shit. In Ordnung, Sir. Ich reichte ihm sein Sandwich und ging nach hinten, um Mira zu suchen. Sie war im Büro und haute wie wild auf die Tasten ihres Taschenrechners für die Buchhaltung. Äh, Mira? Jimmy Prescott ist vorne. Er will mit dir reden. Sie drehte sich zu mir und warf mir einen ungläubigen Blick zu. Hat er dir gesagt, warum? Ich schüttelte meinen Kopf. Okay. Du kannst jetzt nach Hause gehen, Sam. Aber bist du sicher? Ja. Meine Schicht dauerte immer noch drei Stunden. Er ist der einzige Kunde, den wir heute hatten. Keine Sorge. Ich bezahle dir die restlichen Stunden. Danke, Mira. Äh, viel Glück, schätze ich. Ich gab ihr ein mitfühlendes Schulterzucken und sie tätschelte meinen Arm. Ich weiß nicht, wie sie es tat. Mira war vielleicht die am meisten belastete und gestresste Frau von ganz Drisking, aber sie war immer freundlich. Es gab eine Hoffnungslosigkeit an ihr, eine Trauer, die sie sehr gut zu verstecken wusste. Ich verließ den Laden durch die Hintertür, damit ich Jimmy Prescott nicht noch einmal sehen musste. Seine komischen, gelblichen Augen bereiteten mir immer ein unwohles Gefühl. Nicht zu erwähnen, dass er ein totaler Schwachkopf war. Ich stieg in meinen Wagen und schrieb Kyle, dass ich fertig mit der Arbeit war. Er antwortete sofort und sagte mir, ich solle bei ihm vorbeikommen. Zufrieden legte ich den Rückwärtsgang ein und fuhr aus der Einfahrt. Crystal Lake war mein absoluter Lieblingsort in Drisking. Ich musste fast eine ganze Meile abseits parken, da der See so überfüllt war. Ich fand Kyle und Kimba auf einem Stein, der über den Strand ragte, sitzend. Kimba badete in einem blauen Blumenmuster-Bikini in der Sonne und Kyle trug seine Niemand-kann-sehen-wo-ich-hingucke-Sonnenbrille. Was habe ich verpasst? fragte ich und setzte mich neben Kimba. Nicht viel. antwortete sie, streckte sich und saß sich auf. Nur mehr Bier. Sie griff in die Kühlbox hinter sich und versuchte mir, ein Blue Moon zu reichen. Äh, nein. Ich schob ihren Arm beiseite. Habt ihr kein Aspirin? Oh. Nein. Kimba gab mir ihren, es tut mir leid, Schmollmund. Okay, dann nehme ich mir einfach diese Sonnenbrille. Ich streckte meine Hand in Kyles Richtung, welcher verstört zurückblickte. Was? Nein, verpiss dich! Komm schon, Kyle. Gib ihm deine Sonnenbrille. Sam konnte seinen Kater immerhin nicht ausschlafen. Ich grinste in Kyles Richtung und er verzog seinen Mund. Wir wussten beide genau, was ich versuchte. Kimba streichelte Kyles Arm. Bitte. In Ordnung. sagte er und schob seine Blue Blockers in meine Richtung. Ich setzte sie auf, lehnte mich zurück und drehte meinen Kopf, um drei Mädchen am Strand beobachten zu können. Phoebe Dranger, Schwarzhaar, lag dort auf einem Handtuch neben Rundgesicht und kicherte. Es kam mir immer noch unheimlich vor, dass Stupsnase nirgends zu sehen war. Die drei klebten förmlich aneinander, bis Christy sich in einen College-Studenten verliebt hatte und mit ihm durchgebrannt ist. Warum hast du heute schon früher Schluss gemacht? Prescott kam. Ew. schauderte Kimba. Dieser Kerl bereitet mir eine richtige Gänsehaut. Er starb mich schon seit der fünften Klasse immer so komisch an. Lass es mich das nächste Mal wissen, dann werde ich ihm seine dumme Nase brechen. Kyle war schon immer sehr beschützend, wenn es um Kimba ging, aber seit sie zusammen waren, wurde es noch zehnmal unerträglicher. Kimba zwinkerte ihm zu. Was wollte er denn, Sam? Er wollte mit Mira reden. Wahrscheinlich über den Sandwichladen. Du meinst, weil niemand dort hingeht und der Laden schon vor Jahren hätte schließen sollen? Was er aber nicht tut, weil die Prescott stur und eitel sind? Ja, wahrscheinlich. Ich meine, sie sah ziemlich besorgt aus. Ich kann an einer Hand abzählen, wie viele Sandwiches ich im letzten Monat verkauft habe. Ouch. Kimba verzog das Gesicht. Ja, ich bin mir ziemlich sicher, er schmeißt sie raus. Ich kann diesen Kerl echt nicht leiden. Ich dachte an den schmierigen, gelbäugigen Freak, wie er die kleine, süße Mira anschreit und es brachte mein Blut zum Kochen. Du hättest seinen Vater sehen müssen, schnaubte Kyle. Er war ein ganz anderer Mensch. Sein Vater? Ja, John Prescott, sagte Kimba. Sie haben ihn vor einigen Jahren in dein Heim ein paar Städte weitergebracht. Warum ist er nicht zu Hause? Ich habe gehört, er ist dement geworden und machte anscheinend seine Familie in der Öffentlichkeit lächerlich. Das habe ich auch gehört. Kimba warf ihre langen Locken über ihre Schulter. Ich habe John Prescott immer gemocht. Das war ziemlich scheiße von ihm. Hey, Kids. Wir drehten uns zeitgleich um und erblickten Phil Saunders, wie er mit Mike Sutton im Schlepptau aus dem Busch hinter uns kam. Also das ist, wo die coolen Leute heute so herumhängen. Weit über dem Königreich vom Felden des Hochmuts. Es geht, Mike. sagte Kyle und ignorierte Phil, den er nicht leiden konnte, seit er eine Zeit lang mit Kimba zusammen gewesen war. Phil war sich dessen entweder nicht bewusst oder er ignorierte Kyles Gefühle ihm gegenüber. Möglich war natürlich auch, dass er die meiste Zeit bloß viel zu stoned war und gerade war es nicht anders. Sie setzten sich neben uns und Mike bat mir seine Pfeife an. Mal ausprobieren? Tatsächlich wollte ich das und zwar unbedingt. Ich wollte danach greifen, doch Phil schlug meine Hand aus dem Weg. Vorsichtig, Junge. Du willst doch nicht den Sohn des Sheriffs heilmachen. Verdammt nochmal, Mike. Mike nickte zustimmend und schob seine Pfeife zurück in seine Tasche. Ich blickte finster drein. Ernsthaft. Sorry, Sammy. Verdammt, der einzige Grund, warum ich in deiner Nähe überhaupt kiffe, ist, weil heute der Todestag meiner Cousine ist und mir alles andere echt am Arsch vorbeigeht. Hannah? fragte Kimba mit einem bemitleidenden Gesichtsausdruck. Yep, heute sind es fünf Jahre, seit sie verschwunden ist. Zu viele Menschen verschwinden in diesen Wäldern, Mann, sagte Mike, während er eine Rauchwolke in unsere Richtung blies. Ja, Mann. nickte Phil. Weißt du, manchmal, wenn ich heil bin, dann kann ich sie alle sehen. Und ich fühle mich, als hätte ich die Antwort zu diesem Mysterium, Mann. Als wäre ich so nah dran, es zu lösen. Es ist echt etwas, was ich sehen kann. Wie als wären sie alle Teil eines Puzzles und in meinem Kopf setze ich die Teile zusammen, aber ich kann nicht sagen, was auf dem Bild zu sehen ist. Versteht ihr? Alter, du bist echt dicht sonders. Das sind wir doch alle, Mann. Das sind wir alle. Jeder in dieser Stadt trinkt dieses verdammte Cool-Aid. Kimba zog eine Augenbraue hoch, aber sagte nichts. Jeder außer die Toten. Ich kann sehen, wie sie ausgesehen haben, bevor sie im Erdboden verschwunden sind. Oder ist es der Weltboden? Shit, ich habe keine Ahnung, Mann. Ja, ich sehe all diese Menschen. Hannah, Paige, Jason Mettley. Verdammt, ich sehe sogar deine Schwester, Walker. Kyle, der das ganze Gespräch die ganze Zeit verfolgte, um genau diesen Satz vermeiden zu können, sprang auf und machte sich bereit, Phil ins Gesicht zu schreien. Nein, Whitney Walker ist doch nach St. Louis abgehauen. Weißt du noch? Sagte Mike. Ich sah, wie Kyle und Kimba einen kurzen Blick austauschten und versuchte gelassen zu bleiben hinter meinen Blue-Blockers. Stimmt das echt? Fragte Phil. Und da war es. Ich wusste, dass Kyle und Kimba sich schon immer fragten, was ich von dieser Sache hielt. Und ob ich die offizielle Aussage, sie wäre zusammen mit Jay weggelaufen, glaubte. Sie waren freundlich genug, das Thema nicht aufzubringen, aber ich wusste, dass es ihnen immer schon auf der Zunge brannte. Sie wollten wissen, was ich glaubte. Ich liebe sie beide und ich wollte mit ihnen immer schon darüber reden, aber ich konnte es einfach nicht. Jeder dachte, dass ich die letzten sieben Jahre damit verbrachte, leise zu trauern und den Vorfall hinter mir zu lassen. Zumindest ist das, was ich ihnen zeigte. Die Wahrheit ist, ich habe Whitney niemals aufgegeben. Ich hatte Jahre darauf gewartet, Jay auf einer Social-Media-Plattform zu finden und als ich es letztes Jahr dann tat, war ich zutiefst erschüttert. Ich hatte immer gehofft, die offizielle Meldung hätte sich bewahrheitet und dass sie und Jay Bauer glücklich irgendwo weit, weit entfernt zusammenlebten. Aber sein MySpace-Profil zeigte einen aufstrebenden jungen Erwachsenen immer noch zu Hause bei seinen Eltern lebend. Seine Ex-Freundin Whitney war sein letztes Problem. Als ich das Beweismaterial meinem Vater zeigte, schloss er sich mit den ausgedruckten Seiten in seinem Büro ein. Ich konnte ihn stundenlang darin weinen hören und hoffte darauf, dass er den Fall wieder aufnehmen würde. Doch stattdessen belegte er es zu den Akten und wir haben den Namen Jay Bauer in unserem Haus nie wieder erwähnt. Aus irgendeinem Grund hatte ich Kyle und Kimber nie davon erzählt. Vielleicht war ich besorgt, dass die es wie mein Vater ad acta legen würden, oder… Und das war viel wahrscheinlicher. Ich wollte nicht, dass sie wussten, wie besessen ich von Boresca und den Skinned Man war. Es war so sicher wie der Sonnenaufgang am nächsten Morgen, dass Whitney dort gestorben war. Genau wie alle anderen, die zum Drillingsbaum gegangen waren. Plötzlich bemerkte ich, wie mich alle vier anstarrten. Ja, es ist wahr. Sie ist zu diesem Jay zurück in unsere Heimatstadt abgehauen. Nein, antwortete ich. Diese Antwort schien Kyle auszureichen. In Ordnung, Jungs und Mädel. Mal ernsthaft, er ist der Sohn des Sheriffs. Was, denkt ihr, wird passieren, wenn er mit dem Gras erwischt wird? Hä? Der kleine Mann hat recht, Phil. Lass uns abhauen. Ich brauch nicht noch mehr Ärger mit den Bullen. Sagte Mike. Bis dann. Walker. Kimber. Kleiner Mann. Phil stand auf, wischte sich über die Hose und sprang vom Felsvorsprung auf den sandigen Strand darunter. Etwas Sand schleuderte über ein paar Zehntklässlerinnen, welche aufschrien und ihn ein unachtsames Arschloch nannten. Phil zog seinen unsichtbaren Hut vor den Mädchen und sagte, Ladies, bevor er davonlief. Mike folgte ihm dem Weg zum Ausgang hinauf und während ich ihn hinterher sah, bemerkte ich langsam die Konversation, die hinter mir in vollem Gange war. Ich hab nicht gesagt, ich will gehen. Ich hab gesagt, ich muss gehen. zischte Kimber. Aber es ist gerade einmal zwei Uhr und es ist Sonntag. Ich weiß, aber meine Eltern streiten in letzter Zeit viel. Und ich will meine Mom nicht zu lange alleine lassen. Ach, ich dachte, es geht ihr besser. Ein wenig, aber sie ist immer noch deprimiert, Kyle. Willst du heute Nacht bei mir schlafen? Kimbers Stimme wurde zu einem Flüstern. Ich, ich denke nicht, dass ich dafür schon bereit bin. Was? Nein, warte, das hab ich nicht so gemeint. Und ich würde auf der Ausziehcouch im Keller schlafen und du könntest mein Zimmer haben. Eine sehr unangenehme Stille folgte. Meine Eltern lieben dich, weißt du? fügte er an. Ich weiß. Ich will einfach nur für meine Mutter da sein. Aber danke, Schatz. Und dann folgte das widerwärtige Geräusch meiner zwei besten Freunde, die sich küssten. Ich würde mich nie daran gewöhnen. Oh, jetzt, wo ihr es erwähnt, ich verschwinde auch. Ich stand auf und warf den beiden einen vorwurfsvollen Blick zu. Ach, komm schon, Sam. Sei doch nicht eifersüchtig. Wir finden dir schon irgendwann noch eine Freundin. Scherzte Kyle. Dabei benötige ich nun wirklich nicht deine Hilfe. krummelte ich, während ich hinüber zum Strand sah, wo Emmeline Adler sich gerade sonnte. Ich seh euch beide dann morgen. Letzte Schulwoche! rief mir Kimber nach. Gott sei Dank. Morgen war der letzte Montag dieses Schuljahres. Und auch wenn ich dankbar sein sollte, dass mein zweites Jahr an der Highschool nun vorüber war, war ich es nicht. Der Sommer bedeutete keine Ablenkung, mehr Zeit nachzudenken und sogar noch mehr Stunden der Langeweile in Prescotts hausgemachte Sandwiches. Aber ich freute mich aus einem weiteren Grund nicht auf den morgigen Tag. Nicht nur war es Montag, es war auch der Schwänztag unserer Stufe. Mein Vater hatte schon vor einigen Wochen Wind davon bekommen und mich gewarnt, ein gutes Vorbild abzugeben und an diesem Tag trotzdem zur Schule zu gehen. Manchmal hasste ich es echt, der Sohn eines Cops zu sein. Kimber und Kyle bemitleideten mich und baten mir an, meine Misere zu teilen. Selbstverständlich nahm ich ihr Angebot dankend an, was Kyle natürlich sehr missfiel. Wie ich es erwartet hatte, wartete mein Vater bereits auf mich, als ich nach Hause kam. Wir führten eine leicht geladene Konversation über unseren jeweiligen Tagesablauf und dann kam er endlich zum Punkt. Denk daran, Sammy. Dieses Jahr werden wir dieser Schwänzerei ein Ende bereiten. Ich will dich morgen in der Schule sehen. Ja, ich hab's verstanden, Dad. Und ich hoffe, ich muss auch Kyle keine Verwarnung schreiben. Es ist doch eine Tradition. Sogar die Lehrer ermutigen uns gewissermaßen dazu. Am Freitag hat Mr. Es interessiert mich nicht, was deine Lehrer sagen, Sam! Ich bin nicht bloß der Sheriff. Ich bin ebenso dein Vater und möchte Gottverdammt nochmal, dass mein Sohn in die Schule geht. Ich lachte und schüttelte meinen Kopf. Was ein Witz. Ich hab keine Macht darüber, was Kyle macht. Das mag wahr sein, aber du kannst kontrollieren, was du tust. Ich sagte nichts dazu. Und Dad seufzte ebenfalls. Es ist fast vorüber, Sam. Bekomme einfach noch diese letzten fünf Tage rum. Und du hast für ein paar Monate frei. Schön. Ich lief aus der Küche und beendete damit die Konversation. Auf meinem Weg zu meinem Raum lief ich an Whitneys altem Zimmer vorbei. Das Licht war an. Und hinter der Tür herrschte Stille. Ich wusste, dass meine Mutter darin war. Sie war immer darin. Und tats Gott weiß was. In meinem Zimmer angekommen, zog ich die Tür hinter mir zu und schloss ab. Der nächste Tag in der Schule war mehr beschämt als alles andere. Es waren noch ein paar andere Leute da, die nicht schwänzten. Insgesamt vielleicht zehn. Und ihren hasserfüllten Blicken nach zu urteilen, war mein Vater der Grund für ihre Anwesenheit. Kimber, die tolle Freundin, die sie war, ging fröhlich in ihre Klasse, wie an jedem gewöhnlichen anderen Tag. Und Kyle besuchte alle Unterrichtseinheiten mit mir. Den Lehrern, die sich nach einem entspannten Tag gesehnt hatten, hätte die Lehre nicht noch mehr am Arsch vorbeigehen können. Kurz vor der Mittagspause ging ein Officer durch alle Klassen und verlangte eine Kopie der Anwesenheitslisten. Dad machte wirklich keine Witze und ich würde es den ganzen Sommer ausbaden müssen. Während die anderen aßen, gingen Kyle und ich nach draußen, um zu kiffen. Normalerweise waren wir versteckt hinter einem großen Pickup-Truck, aber heute herrschte gähnende Lehre auf dem Parkplatz und wir waren verwundbar. Ich fuhr meinen Wagen in die zwielichtige Ecke des Parkplatzes und Kyle holte seine Bonk raus. Hast du Kimber geschrieben? fragte ich ihn, während er einen tiefen Zug nahm. Ja. Antwortete er durch spitze Lippen, während er den Rauch über mein Armaturenbrett blies. Sie ist in der vierten Stunde nach Hause gegangen. Sie meinte zu mir, ihre Mom hätte angerufen und sie sei nach Hause gegangen, um sich um sie zu kümmern. Ja, ich weiß auch nicht, Mann. Ihre Mom hasst dich, nicht wahr? fragte ich, während er mir die Bon reichte. Ja, ich meine, sie zeigt es erst, seit wir zusammen sind, aber ich bin mir ziemlich sicher, sie hat mich vorher auch schon nicht leiden können und das einfach nur gut versteckt. Aber jetzt, wo sie ihre Depression und so weiter hat, interessiert jetzt sie eben einen Scheiß, ob ich davon weiß oder nicht. Ich konnte mir nicht vorstellen, wie irgendjemand Kyle hassen konnte. Warum kann sich Kimbers Dad nicht um sie kümmern? Ich weiß nicht, Mann. Ich nahm einen weiteren Zug. Ey, Mann, lass uns heute nicht mehr zurückgehen, ha? Meinst du... Ja, ich meine, du warst vier Stunden da und du hast ein guter Sohn. Und Officer Drecksarsche ist bereits durch die Klassen gegangen und hat die, ähm, Anwesenheitslisten eingesammelt. Drecksarsch? Wirklich? Von dir hätte ich Besseres erwartet, Mann. Officer Arsch, äh, Dreck? Du bist doch jetzt schon heil, Kyle. Ernsthaft, Mann. Lass uns von hier verschwinden. Ich dachte einen Moment lang darüber nach. Kyle hatte recht. Ich war meinen Pflichten als Sohn bereits nachgekommen. Und wenn wir jetzt fahren würden, hätte ich noch genug Zeit beim GameStop zu halten, bevor ich zur Arbeit musste. Ach, scheiß drauf. Ich gab nach. Kyle setzte sich aufrecht hin und kurbelte die Fenster runter, um den Rauch hinauszulassen. Sehr gut. Hey, ähm, kannst du mich vielleicht bei Kemba rauslassen? Sicher, aber wie willst du denn nach Hause kommen? Kannst du mich nach der Arbeit wieder abholen? Was, wenn ihre Mutter dich wieder rausschmeißt? Kyle verdrehte seine Augen. Das war das eine Mal. Warum kann ich dich nicht einfach nach Hause fahren und du nimmst dein eigenes Auto? Es braucht dringend neue Reifen, ja. Neue Reifen. Sicher. Was Kyle wirklich meinte war, dass seine Versicherung abgelaufen war und er sowieso kein Geld für Sprit hatte. Er hatte es letzten Sommer gekauft, nachdem er ein halbes Jahr lang Doppelschichten im Gemischtwarenladen gearbeitet hatte. Es war in Ordnung, recht neu. Aber ich wusste, dass er es nur gekauft hatte, um Kemba zu beeindrucken. Einen Fakt, den er mit aller Kraft abstritt. Hatte es denn funktioniert? Meiner Meinung nach nicht. Sie fing im Herbst an, miteinander zu gehen und Kyle kündigte seinen Job, um mehr Zeit mit ihr verbringen zu können. Kemba wirkte nicht wie das Mädchen, das von einem Pontiac Bonneville beeindruckt war, aber Kyle war sich absolut sicher, das war der Grund, warum sie zusammenkam. Ich denke, alles, was das Auto gemacht hat, ist ihm den nötigen Mut zu geben, sie auszufragen. Jetzt, da diese Episode überstanden war, stand das Auto nur noch in der Garage und sammelte Staub anstelle von Erinnerung. Der GameStop hatte nicht, wonach ich suchte, genauso wenig wie Drisking Games and Media. Da ich nichts anderes zu tun hatte, entschied ich mich, früher zur Arbeit zu fahren und zu hoffen, dass Mira mich auch früher gehen lassen würde. Ich parkte vor dem Laden und lief zur Tür. Ich war wenig überrascht, niemanden am Tresen zu sehen. Wir waren gerade einmal zu dritt und ich sah nie das andere Mädchen, Emmeline, die an den Tagen arbeitete, an denen ich frei hatte. Das fand ich ziemlich enttäuschend, denn sie war ein Mitgrund, warum ich mich überhaupt hier um einen Aushilfsjob beworben hatte. Ich ging in den hinteren Teil des Ladens, um Mira meine Anwesenheit mitzuteilen, und fand sie über ihren Schreibtisch gebeugt an einigen Rechnungen und Papieren arbeiten. Es war nicht ungewöhnlich, sie sofort zu finden, aber irgendetwas schien anders an ihr zu sein. Sofort fühlte ich mich unwohl und auch unwillkommen, aber bevor ich davonschleichen konnte, hatte sie sich bereits zu mir gedreht und ich sah, was der Grund für mein Bauchgefühl war. Mira weinte. Willst du, äh, ähm, geht es dir? Tut mir leid, tut mir leid. Sagte sie schnell und wischte sich die Tränen weg. Ist es schon vier? Nein, es ist Viertel nach zwei. Ich dachte, vielleicht ich könnte früher kommen und dann... Oh, stimmt. Heute ist ja euer Schulschwänzertag. Mira wischte sich eine Träne weg, nur um Platz für neue zu machen. Ich verstehe das nicht, Sam. Dieser Laden steckt tief in den roten Zahlen, seit ich angeheuert wurde, um ihn zu leiten. Das mache ich nur falsch. Ich... ich weiß nicht, war meine unspektakuläre Antwort. Mein Drang, davon zu rennen, war nie stärker als jetzt. Niemand kommt hierher. Nie. Und Mr. Prescott verbietet mir, Schilder aufzuhängen, um etwas Werbung zu machen. Er sagt, sie würden die Aussicht verschandeln, aber wie erwartet er sonst, dass wir nicht pleite gehen? Nein. Ich brauche diesen Job, Sam. Gott, ich muss... Ich muss ausgesehen haben wie ein erschrockenes Rotwild, denn als Mira zu mir hinüberblickte, stoppte sie abrupt und riss sich zusammen. Geh nach vorne an den Tresen. Ich trage ein, dass du heute früher angefangen hast. Das musste sie mir nicht zweimal sagen. Ich mochte Mira wirklich gerne und ich hasste es, sie so zu sehen. Am Tresen war es allerdings nicht viel besser. Ich konnte Mira unter der alten Laden-Playlist weinen hören. Da ich völlig unerfahren im Umgang mit den Gefühlen einer erwachsenen Frau war, entschied ich mich, ihren Mann Owen anzurufen. Zum Glück war er gerade daheim und nahm den Hörer nach nur wenigen Sekunden ab. Ich werde gleich da sein. Ich ließ einen Seufzer der Erleichterung von mir, als ich sein Auto auf dem Parkplatz einbiegen hörte und den großen, breitgebauten Owen aus seinem Wagen steigen sah. Er kam in dem Moment in den Laden gelaufen, in der Miras mentaler Zusammenbruch eine Pause eingelegt hatte. Es tut mir leid, dass ich Sie anrufen musste, Mr. Daly. Ich wusste einfach nicht, was ich hätte sonst tun sollen. Ist in Ordnung, Sim. Du hast das Richtige getan. Er sah müde aus und ich wusste, dass dies kein neuer Umstand für ihn war. Ist sie in Ordnung? Also ich meine, wird es ihr wieder besser gehen? Oh, ja. Er nickte. Wir haben derzeit ein paar Probleme. Oh, Mira meinte auch, der Laden geht hier pleite. Das ist ein Teil des Problems, ja. Aber ich denke nicht, dass Jim das erlauben wird. Mira ist mehr darüber bestürzt, dass... Er seufzte. Hat dir Mira von ihren, äh, Arztbesuchen erzählt? Äh, nein. Nun, wir versuchen schon seit Jahren ein Kind zu bekommen. Viele schmerzerfüllte Jahre. Es ist dir einfach so wichtig, ein Kind zu haben. Und weißt du, wem sie dafür ihre Schuld gibt? Er lief durch den Raum, starrte die Bilder an, redete nicht weiter mit mir. Ich verstehe, warum es ihr wichtig ist, aber was ich nicht verstehe, ist ihre Besessenheit, die damit verbunden ist. Verstehst du? Äh. Weil sie die letzte ihrer Familie ist? Weil sie die letzte McCaskey auf diesem Planeten ist? Ich meine, versteht sie überhaupt, dass unser Kind überhaupt nicht McCaskey heißen würde? Es würde ein Daily sein. Ich sage es dir, Sam. Heirate niemals eine Frau mit einem verrückten Vater und vier toten Onkeln. Sie entwickeln seltsame Zwänge mit ihrer Abstammung und... Vier tote Onkel? Was? Äh, oh ja. Die Berühmten. Sagen dir die vier Brüder, die in den Driskingminen gestorben sind, etwas? Nun, das hat nur ihren Vater übrig gelassen und ihre Eltern waren nur in der Lage, sie zu zeugen. Das macht sie zur letzten lebendigen McCaskey und zur Hoffnung ihres Stammbaums. Darum ist das alles ja auch meine Schuld. Ich sah ihn ausdruckslos an und er seufzte. Tut mir leid. Diese Probleme interessieren dich eigentlich nicht. Verständlich bei deinem Gehalt. Ich bin einfach nur sehr gestresst in letzter Zeit. Unsere Zeugungsunfähigkeit und Miras Abneigung gegen unsere einzig letzte Hoffnung, eine... Wie sind sie gestorben? Verzweifelt versuchte ich, das Thema zu beenden. Und die Geschichte ihrer Onkel interessierte mich. Die McCaskey-Jung? Ich weiß nicht. Sie sind irgendwo oben in den Bergen gestorben. Oh, na dann, ähm, haben Sie schon mal von den Skinned Men gehört? Skinned Men? Ja. Ich glaube nicht. Was ist mit Boreska? Owen Daly verzog sein Gesicht und drückte sich mit den Fingern gegen die Schläfen. Was? Was hat ein Boreska mit all dem zu tun? Owen? Miras Stimme quietschte hinter uns. Oh, Schatz, geht es dir gut? Sam hat bei uns ange... Ich will es tun! Du willst? Fragte Owen erstaunt. Ich habe ihn angerufen. Owens Augen suchten nach meinen, aber ich sah sofort in eine andere Richtung. Eine weitere Konversation, an der ich nicht teilnehmen wollte. Sam, warum nimmst du dir nicht den Rest des Tages frei? Mira und ich kümmern uns schon um den Laden. Okay, murmelte ich und lief schnurstracks zur Tür. Als bald ich an meinem Auto angekommen war, rief ich Kyle an. Junge, hier in der Stadt passieren echt seltsame Dinge. Was passiert? Kann ich dir nicht am Telefon erzählen. Wo bist du? Bei Kimber. Bist du schon fertig mit der Arbeit? Ja, ich komme vorbei. Mit bei Kimber meinte Kyle den Bordstein vor ihrem Haus. Er wurde wieder einmal rausgeschmissen. Als ich um die Ecke bog, lief Kimber gerade aus der Haustür und wir drei trafen uns an der Straße. Es tut mir so leid, Kyle, sagte sie. Sie ist heute wirklich schlecht drauf. Sie wollte mich nicht mal aus dem Haus lassen, um mit dir zu reden. Ist in Ordnung, antwortete er. Kümmer dich nicht um mich. Ich will, dass es dir und deiner Mom gut geht. Es geht uns gut. Mein Vater wird auch bald nach Hause kommen. Schreib uns, wenn er da ist, dann kommen wir dich abholen. Ich wünschte, ich könnte, aber ich muss heute Abend bis 7.30 Uhr babysitten. Vielleicht danach? Klar, Kyle und Kimber verabschiedeten sich mit einer Umarmung und dann schoss Kimber zurück ins Haus, als wir darin etwas zerbrechen hörten. Also, was ist los? Fragte Kyle und nahm einen Schluck warmes Dr. Pepper, das in meiner Becherhaltung stand. Du trägst immer noch deine Schürze? Mira hatte einen Nervenzusammenbruch, sagte ich kalt. Echt? Was ist passiert? Ich erzählte Kyle die ganze Geschichte und legte meinen Fokus ganz besonders auf ihre vier Onkel. Ja, die McCaskys. Ich habe davon gehört. Wusste gar nicht, dass Mira eine von ihnen ist. Ich dachte, sie wären alle tot. Doch. Sie ist die letzte. Sag mal, denkst du, die McCasky-Tode haben irgendetwas mit den anderen vermissten Fällen zu tun? Es war eine ganze Weile her, seit ich das Thema um Boresca das letzte Mal angeschnitten hatte und Kyle verschluckte sich ein wenig an seiner Dr. Pepper. Ich weiß nicht, Mann. Vielleicht, wenn die Fälle um dieselbe Zeit angefangen haben. Wie können wir das herausfinden? Über die Cops? Es wird doch bestimmt Polizeiberichte geben. Okay, aber was, wenn ich meinen Dad nicht fragen könnte? Kyle schüttelte seinen Kopf. Dann weiß ich auch nicht weiter. Was ist mit anderen Aufzeichnungen? Diese Geschichtsvereinigung weiß doch bestimmt was. Oh, ja. Er nickte mir zu. Wir könnten es bei Ihnen versuchen. Sie haben Ihren Sitz drüben in der zweiten. Sie teilen sich ein Büro mit dem Driskin Kunst- und Antiquitätenbüro. Ich wendete und wir fuhren zurück in Richtung Stadt. Hey, ähm, warum tun wir das eigentlich? Ich wusste, diese Frage würde früher oder später aufkommen. Ich wünschte nur, selbst mehr Antworten zu haben, bevor ich ihm eine geben musste. Einfach, äh, Whitney, war alles, was ich sagen konnte. Kyle stellte keine weiteren Fragen. Die Vereinigung der Geschichtserhaltung von Driskin war im hinteren Teil des Gebäudes und wir mussten durch den Antiquitätenladen laufen, wo uns der Inhaber, Mr. Dranger, kritisch beäugte. Am Ende des kurzen Flurs fanden wir einen kleinen Raum, in dem zwei Tische aneinandergerückt wurden. Einer von ihnen war leer, auf dem anderen türmten sich Bücher und Ordner mit losen Dokumenten. Dahinter konnten wir jemanden auf einer Tastatur schreiben hören. Ähm, hallo? Eine kleine Frau stand vom Tisch auf. Ich erinnerte mich an sie. Es war die gleiche Frau, die uns damals in der fünften Klasse einen Vortrag gehalten hatte. Hallo, wie kann ich euch Jungs helfen? Fragte sie, während sie auf uns zulief, um uns die Hand zu reichen. Äh, ja, ich habe ein paar Fragen über die Geschichte von Driskin, nehme ich an. Oh, sehr gut. Ist das für eine Abschlussarbeit? Setzt euch doch Jungs. Sie zeigte auf den leeren Stuhl hinter dem anderen Tisch. Ich nickte Kyle zu und beunruhigt setzte er sich. Ja, es ist für einen Aufsatz, den wir schreiben müssen. Hey, ich glaube, Sie haben uns mal einen Vortrag gehalten vor... Pfff, äh, müssen sieben Jahre her gewesen sein, äh, in der Schule. Ja, das kann sein. Ich halte diesen Vortrag jedes Jahr mit Mr. Prescott. sagte sie lächelnd. Ja, das waren Sie und noch jemand anderes. Ein glatzköpfiger Mann. Sagte Kyle und rutschte unruhig auf dem unbequemen Holzstuhl umher. Das war wohl mein Verlobter, Wyatt Dowding. Er ist vor ein paar Jahren gestorben. Oh. Also, äh, Miss... Miss... Scanlon. Aber ihr dürft mich Catherine nennen. Catherine, versuchte ich es. Ich hasste es, Erwachsene bei ihrem Vornamen zu nennen. Äh, wir wollen etwas über die McCaskey-Kinder wissen. Oh. Antwortete Catherine und schüttelte ihren Kopf. Ein dunkler Fleck in unserer Geschichte. Aber nichtsdestotrotz ein Teil von ihr. Ja, äh, also... Wann ist es passiert? Und wie sind Sie gestorben? Warf Kyle ein. Nun, Sie sind nicht gestorben. Ich meine, verschwunden in den Minen sind Sie auf jeden Fall. Aber Ihre Leichen wurden nie gefunden. Also kennen wir keine genaue Antwort darauf. Meine Wenigkeit würde behaupten, Dehydration, Hunger und Erschöpfung töteten sie innerhalb weniger Tage, nachdem sie dort unten umherirrten. Und, um auf eure zweite Frage einzugehen, das war 1963, glaube ich. Und die Minen wurden dann in dem Jahr geschlossen? Naja, offiziell wurden die Minen erst im folgenden Jahr geschlossen. Es gab da eine Auseinandersetzung zwischen der Stadt und den Preskits, welche die Minen offen lassen wollten, bis ihre Leichen geborgen wurden. Die Stadt siegte und die Minen wurden verschlossen. Warten Sie, warum haben sich die Preskits dafür interessiert? Wollt ihr das nicht aufschreiben? Fragte Catherine. Kyle tippte sich zweimal mit dem Zeigefinger an seinen Kopf. Catherine zuckte mit den Schultern und sprach weiter. Nun, die Preskits und die McCaskey-Familie waren eng miteinander verwandt. Tom Preskitt hat Teams von arbeitslosen Minenarbeitern dort runtergeschickt und nach den Jungs suchen lassen. Die Stadt hatte jedoch genug davon. Die Minen waren einsturzgefährdet und man wollte keine weiteren Tote riskieren. Die Schächte waren schon Jahre zuvor stillgelegt worden und waren unsicher. Nachdem die Stadt erreicht hatte, dass das Rettungsteam aufgelöst werden musste, gingen einzelne Mitglieder der Preskits selbst dort runter. Schließlich hatte die Stadt aber genug und ließ die Minen einstürzen. Mit Bomben? Fragte Kyle. Naja, mit Sprengstoff. Und dann passierte das Unglück. Zu dieser Zeit waren die Minen bereits einige Jahre unrentabel gewesen und die Stadt war pleite. Sie heuerten einen unseriösen Sprengtrupp an und naja, als der Sprengstoff hochging, haben sie aus Versehen Driskings Grundwasserspiegel erreicht. Die Stadt verschuldete sich tief bei dem Versuch, das Wasser von Schlamm und Eisen zu befreien. Erst zwei Jahre später besserte sich die Lage dank der Preskits, die wahrlich neues Leben in dieser Stadt gehaucht haben. Kyles Handy machte einen Ton und er zog es aus seiner Tasche. Es ist Kimber. Sie will, dass wir vorbeikommen. Okay. Vielen Dank, Miss Scanlon. Ich meine, Catherine. Sicher. Wenn ihr beiden noch irgendwelche weiteren Fragen haben solltet, kommt einfach vorbei. Wir haben am Tag fast immer geöffnet. Oh, oder ihr könnt mir eine E-Mail schreiben. Sie griff in die Tasche ihrer Jacke und zog eine verbogene Visitenkarte hervor. Sie war ausgeblichen und auf ihr war ein staubiger Fingerabdruck. Danke. Was denkst du? Fragte Kyle, während wir ins Auto stiegen. Ich weiß nicht. Es ist seltsam, meinst du nicht? Ich meine, warum kümmert es die Preskits, dass es der Stadt schlecht ging, nachdem sie ihnen die Hilfe verweigert haben, ihre Familien zu finden und aktiv gegen sie gearbeitet haben? Vielleicht haben sie vergeben und vergessen. Kyle zuckte mit den Schultern. Sieht Jimmy Prescott für dich wie ein Typ aus, der vergeben und vergessen würde? Oh, nein. Und sein Vater ist sogar noch schlimmer. Exakt. Vielleicht sollten wir... Warte, dreh hier! Sorry, Kimber ist immer noch am Babysetten und ist drüben bei den Armhursts. Als wir dort ankamen, stand Kimber draußen in der Auffahrt des Hauses und spielte mit den zwei kleinen Jungs. Sie hielt ein schlafendes Baby auf dem Arm und winkte uns. Sie stellte uns den zwei älteren Kindern vor. Sie gaben uns ein schüchternes Hallo und rannten dann davon und spielten weiter. Alsbald sie weg waren, erzählten wir Kimber alles, was wir in Erfahrung gebracht hatten, während sie das Baby in ihren Armen wiegte. Sam hat recht. Das macht keinen Sinn. Aber warum interessiert uns überhaupt ein Vorfall, der vor ein paar Jahrzehnten passiert ist? Whitney, sagte Kyle, damit ich es nicht tun musste. Ein Funken der Überraschung überkam Kimber und sie legte das Baby in seinem Laufstall ab. Dann lief sie direkt auf mich zu und nahm mich in eine ihrer berühmten, supertröstlichen, gar nicht unangenehmen Umarmungen. Als sie mich losließ, lief sie aufgeregt in der Einfahrt auf und ab. Wir nehmen also an, Whitney würde da irgendwie mit reingezogen. Und da habt ihr recht. Wir sollten ganz von vorne beginnen, das Mysterium aufzurollen. Phil lag richtig. Jedes Geheimnis dieser Stadt ist Teil eines großen Puzzles. Alles hängt irgendwie zusammen. Sie hielt inne und sah zu uns hinüber. Wir müssen zum Ursprung all dessen gehen, wenn wir antworten wollen. Ja, das ist keine schlechte Idee. Ich weiß, dass er gerne im Hideaway ist und sich mit dem Ex-Sheriff Clary betrinkt. Äh, nein, Kyle. Nicht Jimmy. Sein Vater. Tom? Er ist so verrückt, dass sie ihn in ein Heim gesteckt haben. Er ist aber unsere sichere Quelle. Glaubst du nicht? Jimmy wird nicht einmal halb so viel wissen wie sein Vater. Während Kyle und Kimber Argumente austauschten, sah ich den beiden Kindern dabei zu, wie sie sich um den Baum im Vorgarten jagten. Dort schien etwas in die Rinde geritzt worden zu sein. Wörter, ähnlich wie beim Drillingsbaum an der Emberkott-Festung. Ich war zu weit davon entfernt, um zu lesen, was dort stand. Er hat dich! Er hat dich! Hörte ich den Jüngeren der Brüder rufen. Das Kindman hat dich! Jetzt musst du sterben! Nein, Peter! Ich hab den Baum berührt! Nein, hast du nicht! Du bist ein Legner! Einer von denen hat dich bekommen und jetzt musst du die shiny Gentleman treffen! Nein, muss ich nicht! Kimber! Josh mogelt! Ich erschauderte und drehte mich von ihnen weg. Wo ist die Klapse? Unterbrach ich Kyle und Kimber. Ist die Anstalt weit weg? Es ist keine Klapse. Eher ein Pflegeheim. Entgegnete mir Kimber. Das Gerücht, das ich gehört habe, ist, dass er im Golden Elm untergebracht ist. Und das ist in Cape Girardeau. Das sind etwa 40 Minuten von hier. Sagte Kyle und zog sein Handy aus der Tasche. Ich werde nachsehen, was die Besucherzeiten für Dienstag sind. Sam, musst du morgen arbeiten? Ich arbeite jeden Tag, aber ich rede mich irgendwie raus. Versprach ich. Okay, cool. Lass uns direkt nach der Schule hinfahren. Der folgende Tag zog sich wie jeder andere letzte Dienstag eines Schuljahres in die Länge. Die meisten Leute redeten darüber, was sie am Schwänzertag gemacht haben, oder beschwerten sich darüber, als plötzlich ein Kopf bei ihnen zu Hause auftauchte und ihnen eine Verwarnung gab. Die Blicke, die mir zugeworfen wurden, waren mehr als unangenehm. Als die Schulglocke zum letzten Mal um 3.30 Uhr klingelte, griff ich meinen Rucksack und machte mich auf den Weg zu meinem Auto. Kyle und Kimber warteten bereits auf mich. Die Fahrt dauerte länger, als wir erwartet hatten, als ich mich in Cape Girardeau verfuhr. Die Stadt war größer als Drisking und die Straßen wurden ohne jeglichen Plan oder Struktur ausgelegt. Bis wir beim Golden Elm ankamen, hatten wir gerade noch 20 Minuten der Besuchszeit übrig. Wir sind hier, um Mr. Thomas Prescott zu besuchen, erzählte Kimber der Schwester an der Rezeption. Wir ließen sie reden, da sie einen Charme an sich hatte, der andere Leute freundlich stimmte. Den alten Tom? Wow, er hatte seit Weihnachten keine Besucher mehr, als sein Sohn hierher kam. Füllt den Besucherschein hier aus. Ihr seid also Familie? Wisst ihr, wo sein Raum ist? Die Schwester hob misstrauisch eine Braue. Tut mir leid, das wissen wir nicht, entschuldigte sich Kimber. Meine Mutter hat mich gebeten, nach meinem Großonkel zu sehen, während sie unterwegs im Ausland ist. Ich hätte mir wirklich mehr Informationen geben lassen sollen. Aber sie hat nur so und so viele Minuten, um nach Hause zu telefonieren. Oh, natürlich, Schätzchen. Lass mich dir jemanden holen, der euch hinführt. Ein Aufseher führte uns zu Tom Preskitts Raum, welcher leer war. Er zeigte den Flur hinunter und sagte, Er mag es im Sonnenraum zu lesen. Wir liefen also dorthin und fanden einen alten, dünnen Mann alleine dort sitzend und zu sich selbst flüsternd. Er saß an einem Tisch vor einem Berggemmenbrett und bewegte Schachfiguren darauf. Tom Preskitt? Fragte Kimber lächelnd. Er sah nicht auf und ich fragte mich, ob er sie überhaupt gehört hatte. Kimber atmete tief ein, um es erneut zu versuchen, aber der alte Mann hämmerte plötzlich mit der Faust auf den Tisch. Ich bin es, Gottverdammt. Ich bin Mr. Thomas Prescott. Nenn mich nicht Tom. Da haben die Kleinkinder früher ja mehr Respekt gehabt. Es tut mir leid, Sir, sagte Kimber sanft und setzte sich ihm gegenüber. Ihr Kinder habt einfach keinen Respekt mehr. Wisst ihr, ob der ich bin? Es ist die Schuld meines Sohnes. Der Junge hätte von seiner Mutter einmal eine richtige Tracht Prügel bekommen sollen, aber sie war verweichtigt und jetzt rennt er durch die Stadt und verbreitet seine Vulgarität und Respektlosigkeit. Entschuldigen Sie, Mr. Prescott. Wir hatten nie die Absicht, respektlos zu sein. Wir bewundern Sie. Sehr sogar. Sie sind der Mann, der unsere Stadt zu dem gemacht hat, was sie heute ist. Jeder weiß das. Drisking litt und die Stadt starb langsam, aber sie haben alles wieder in Ordnung gebracht. Wir wissen das. Ich tat, was ich tun musste, grummelte der alte Mann. Es war meine Stadt. Es ist immer noch meine Stadt. Wer bist du, dass du mir etwas anderes erzählen willst, junges Roland? Nein, nein. Das ist nicht, was ich gesagt habe. Kimber änderte ihre Taktik. Wir sind übrigens Mirai McCaskys Kinder. Erinnern Sie sich an die McCaskys? Hä? Also bist du Edas Enklin. Das erklärt, warum du nicht da bist. Wir tauschten verwirrt Blicke aus. Wir stehen genau vor Ihnen, Mr. Prescott. Du weißt, was ich damit meine, junges Fräulein. Sie alle wissen es. Sie alle wissen, dass ich die Stadt gerettet habe. Es ist meine Stadt. Natürlich ließen sie mich alles machen, was ich wollte, solange das Geld weiter floss. Darum ist es meine Stadt. Fließt das Geld denn immer noch? wollte Kimber wissen. Nun, ihr seid hier. Oder etwa nicht? Sie mochten es nicht, aber sie nahmen das Geld. Sie wussten es nicht. Nicht alles. Sie wussten es wirklich nicht. Aber sie vermuteten etwas. Aber sie mussten damit einverstanden gewesen sein, denn sie wählten weiterhin Clary. Und sie nahmen das Geld. Mr. Prescott nahm eine Schachfigur und strich seinen Finger über ihren Kopf. Es ist nur ein Pulver, wisst ihr? So unscheinbar. Ein feines, weiches Pulver. Das Pulver weiß nicht, was es tut. Es weiß nicht, dass es schlecht ist. Es sind die Leute, die sagen, es sei schlecht. Aber es musste getan werden. Du wusstest es, Ada. Du wusstest, dass wir es tun mussten. Kimber hielt ihn am Arm. Ich weiß, ich weiß, dass wir es tun mussten. Aber es ist ihr Sohn. Ich denke nicht, dass er es richtig macht. Nein, natürlich macht er es nicht richtig. Der altaussehende Mann schlug erneut mit der Faust auf den Tisch und zwei Türme fielen auf den Boden. Es waren meine. Er nahm sie mir weg. Er dachte, er könnte es besser als ich. Aber nahm sie mir weg und er ruinierte mein Vermächtnis. Jahrzehnte der Arbeit. Und jetzt wird alles von diesem Pulver regiert. Es ist der Staub eines zerbrochenen Königreichs. Was ist mit dem Skint Man? stieg ich in die Konversation mit ein. Wovon redest du, Junge? knurrte er zurück. Und das Baumhaus? Der Drillingsbaum? Was hat es damit auf sich? Was ist sein Zweck? Drillingsbaum? Damit habe ich nichts am Hut. Wir haben Ihnen den dreifachen Preis gezahlt, aber nur für eine kurze Zeit, wenn die Dinge langsam voranschritten. Wir haben auf jeden Fall nie das Dreifache verlangt. Das ist schlecht fürs Geschäft. Was ist Boris? Hat mein zurückgebliebener Sohn euch das erzählt? Hat er euch das Dreifache für sie versprochen? Er zerstört meine Stadt, nicht wahr? Gott verdammt, Timmy. Holt ihn auf der Stelle hierher. Ada, hol meinen Jungen ans Telefon und sag ihm, ich muss ein ernstes Wörtchen mit ihm reden. Sag ihm, sie gehören immer noch mir. Ada, Ada, hol Jimmy ans Telefon. Kimber sprang auf und Kyle stellte sich schützend vor sie, als der alte Mann aufstand, groß und einschüchternd wie er war. Wir liefen rückwärts in Richtung Tür, gerade als der Aufseher kam und uns einen missbilligenden Blick zuwarf. Noch lange, nachdem wir aus dem Raum verschwunden waren, konnten wir Tom Prescott in der Ferne nach seinem Sohn rufen hören. Die Fahrt nach Hause war still und ich verbrachte die Zeit, damit die Puzzlestücke in meinem Kopf zusammenzusetzen. Die Skinned Man, der Drillingsbaum, der Shiny Gentleman, das Pulver. Diese Dinge schienen alle entweder aus dem Zufall oder der Bedeutungslosigkeit gezogen worden zu sein. Ein dichter Schleier hing über all dem, doch ich war näher an Boresca als jemals zuvor. Ich konnte es überall um mich herum spüren, aber einfach nicht sehen. Ich konnte es fast greifen, aber es noch nicht ganz verstehen. Plötzlich bemerkte ich, dass Kyle auf einen Parkplatz gefahren war und anhielt. Ich wachte aus meiner Trance auf. Er parkte das Auto, drehte sich zu mir um und fragte, Ist es wirklich wegen Whitney, Sam? Ja. Kimber sah uns besorgt an. Warum denkst du das? Die Cops, ich meine sogar dein Dad hat bestätigt, dass Whitney weggelaufen ist. Ich glaube ihnen kein Wort, sagte ich verbissen. Sieh mal Sam, wir kommen dem Ganzen langsam auf den Grund und ich stehe dir bei jedem Schritt bei, aber ich muss wissen, ob es einen bestimmten Grund gibt, warum wir das hier machen. Und Kimber sitzt da auch mit drin. Ich muss einfach wissen, dass wir das aus einem guten Grund tun und nicht nur wegen irgendeiner Zwangsvorstellung von dir. Ich sah aus dem Fenster und realisierte, dass er nahe dem Westrand vom Prescott Erzpfad geparkt hatte. Er hatte jeden Grund besorgt zu sein und sogar noch mehr Gründe, um Kimber beschützen zu wollen. Kyle dachte das Gleiche wie ich. Das Pulver. Wenn Boreska tatsächlich etwas mit großen Mengen an Drogen zu tun hatte, wollte ich meine Freunde da wirklich weiter mit reinziehen. Das war nicht ihr Kampf. Ich liebte diese beiden Menschen und ich durfte ihre Sicherheit nicht wegen meiner Neugier und Rache gefährden. Aber so sehr ich mir auch wünschte, sie gehen lassen zu können. Ich wusste, ich würde sie brauchen. Ich muss wissen, was tatsächlich mit Whitney geschehen ist, flüsterte ich. Kyle drehte sich ohne ein Wort zu sagen um und Kimber platzierte ihre Hand auf meiner. Ich riss meine Hand von ihr los und verschränkte meine Arme, aber entschuldigte mich zugleich. Kimber lächelte einfach nur in einer versöhnlichen Art und Weise. Kyle seufzte. Sam. Er wurde unterbrochen von dem schrillen Klingeln von Kimbers Handy. Sie wollte es zuerst stumm schalten. Aber dann las sie den Namen auf dem Display und nahm den Anruf eilig entgegen. Dad? Was? Warte! Was willst du mir damit sagen? Dad? Was? Nein, warte! Nochmal langsam. Hallo? Sie nahm das Handy von ihrem Ohr. Was ist mit meiner Mutter passiert? Und sie ist im Krankenhaus. Kimbers sanfte grüne Augen füllten sich mit Tränen. Kyle ließ den Motor an und fuhr mit durchdrehenden Reifen zurück auf die Straße. Wir waren in nur wenigen Minuten am 10 Meilen entfernten Krankenhaus und hatten jede Geschwindigkeitsbegrenzung verletzt. Kyle hielt am Notfalleingang an und Kimber und ich rannten hinein. Ein Beamter wartete dort auf uns. Er verweigerte es, Kimber Antworten auf ihre verzweifelten Fragen zu geben und führte uns zu ihrem Vater. Als der Beamte die Türen aufstieß, sah ich meinen Vater neben dem von Kimber stehen und machte mich auf das Schlimmste gefasst. Kimbers Vater nahm sie in eine Richtung mit und meiner mich in eine andere. Ich sah ihm verzweifelt ins Gesicht und er gab mir ein mitfühlendes Nicken und umarmte mich fest. Wir setzten uns in eine Ecke und ich starrte bloß auf meine Hände, als er mir erklärte, dass Mrs. Destaro gegen ein Uhr einkaufen gegangen war, nach Hause fuhr, die Lebensmittel verstaute und zwei Lasanien und einen Hackbraten in den Gefrierschrank stellte. Dann stieg sie erneut in ihr Auto, fuhr zum Krankenhaus, parkte im Schatten, lief die Stufen zum siebten Stock hinauf aufs Dach und stürzte sich in die Tiefe. Sie lebte noch lang genug, um sich beim Notarzt, der sie auffand, zu entschuldigen. Ich sah Kimber zerbrechen, während der Körper ihrer Mutter in der Leichenhalle ein Stockwerk unter uns langsam auskühlte. Ich sah ihm wie das alles lastige었는데. Ich sah ich. Ich sah dann. Ich sah je, ich sah die Welt. Vielen Dank.